Hallo und herzlich willkommen zur Wochenbotschaft vom 21. bis zum 27. August. Lasst uns jetzt einmal als Einstimmung in die neue Woche die Energien der alten Woche klären, ein bisschen runterfahren, relaxen und das machen wir wie immer mit dem Klanghelch. Heute wieder meinen, wie sagt man, durchsichtigen iridescent Klanghelch mit der Note F. Heute also mal ein bisschen was für das Herzchakra und dementsprechend darf ich dich einladen, wenn auch du jetzt etwas Entspannung und energetische Reinigung gebrauchen kannst, um einmal so ein bisschen loszulassen das, was jetzt hinter dir lag. Dann schließe doch gerne einmal die Augen, nimm einen tiefen Atemzug in deinen Bauch und spüre, wie neue frische Energie in deinen Körper fließt. Nimm erneut einen tiefen Atemzug, halte kurz inne, atme dann aus und lasse dein Ausatmen länger sein als dein Einatmen. Mit dieser tiefenbewussten Atmung kannst du nun deine Entspannung und energetische Reinigung unterstützen. Das ist ein Advent Aum, 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 Aum. Aum, 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 Aum. Aum, 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 Aum. Aum, Aum, Aum. So, was ist das Portal, welches sich für uns öffnet jetzt in dieser Woche? Wir haben Plejadenaktivierung, Halleluja. Moment mal ganz kurz. Hatten wir das nicht letzte Woche? Wenn es nicht in den Wochenbotschaften war, dann aber definitiv bei einem der Liebeslegungen, wo die Energie der Plejaden durchkam. Nee, das war eine der Wochenbotschaften. Schau gerne übrigens auch nochmal nach diesem Video zurück in die Wochenbotschaft von der Vorwoche, um zu schauen, ob du mit den Botschaften resonierst und wenn ja, eher als Tageskarte oder Gesamtenergie. Hier haben wir also Plejadenaktivierung, Zusammenkunft, höhere Harmonie und Lösungen. Das nehmen wir schon mal gerne. Ich ziehe eine Karte von dem Moonology Orakelkarten-Set, bei dem ich immer einmal sagen muss, dass es hier nicht um die Mondphase geht, aber es sind Mondphasenkarten, die immer eine besondere Botschaft haben. Also, wenn ich jetzt eine Karte ziehe, geht es nicht um den aktuellen Mond, der gerade am Himmel steht, sondern um die Botschaft, die jetzt durchkommen möchte. Und was haben wir hier? Noch eine blaue Karte. Die richtigen Antworten, die richtigen Antworten kommen. Vollmond in den Zwillingen. Zwillinge natürlich auch sehr kommunikativ, sehr sozial. Zwei blaue Karten, Kommunikation dementsprechend ist etwas, was hier sehr stark rauskommt durch die blaue Farbe, welche auch dem Halschakra zugeordnet ist. Und was spannend ist, ist, dass wir hier einmal die Karte haben, Lösungen und hier die richtigen Antworten kommen. Also Lösungen kommen, Antworten kommen. Lass uns mal weiterschauen. Welche Botschaft bekommen wir aus dem Shaman's Dream Orakel? So weit, so gut. Klarheit kriege ich auch ein. Es wird sich irgendwas klären. Vielleicht erst mal in deinem Inneren, in deinen Gedanken. Ah, da kriege ich das Stopp. Okay. Und dann haben wir hier den Gesang der Wale. Nicht ganz blau, aber wir bleiben im Türkis. Resonanz. Die Zahl ist 61. Mit der 61. Das kann für dich eine bestimmte Rolle spielen. 61 reduziert sich auf die 7. Und damit kann auch die 7 für dich jetzt in dieser Woche eine signifikante Rolle spielen. Es könnte deine Lebenszahl sein. Es könnte sich beziehen auf ein Datum. Die 7 an sich im Tarot steht aber für den Wagen. Und damit geht es darum, jetzt nach vorne zu gehen. Die Zügel deines Lebens in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich lasse mich jetzt nicht mehr von äußeren Einflüssen, Menschen etc. Konflikten von meinem Weg abbringen. Denn die Karte sagt, wo ein Wille ist es auch ein Weg. Aber das bedeutet auch, dass du fokussiert bleibst, dass du konzentriert bleibst. Und Konzentration und Fokus fühlt sich jetzt an, als ob das sehr wichtig sein wird. Die Botschaften, die ich mit diesen Karten hier für dich bekomme, ist, dass du Klarheit bekommst. Oder die Antworten, Lösungen, die du brauchst, die kommen. Du bekommst also diese Klarheit. Und dadurch kannst du jetzt zielstrebiger dich in eine bestimmte Richtung bewegen. Ich kriege auch rein, dadurch, dass du mit irgendwas Klarheit gewinnst, wirst du ein bisschen selbstbewusster. Du fühlst dich wieder ein bisschen stärker. Weil die Energie der Unklarheit und der Verwirrung ist immer so eine graue, neblige Energie, die uns Energie und Kraft zieht. Und dementsprechend ist Klarheit immer das, was uns wieder bestärkt und in die Kraft bringt und weitergehen lässt. Und ich habe das Gefühl, dass es hier etwas gibt, mit dem du sehr in Resonanz bist. Wir haben ja das Wort Resonanz hier. Vielleicht merkst du jetzt, was noch für dich stimmig ist, was noch mit dir in Resonanz ist und was nicht. Und kann sich dementsprechend mehr auf eine bestimmte Richtung zubewegen. Jetzt gehen wir um das Seelenreise-Tarot und schauen mal, welche weiteren Botschaften hier kommen. Und habt ihr auch alle die Sternschnuppen gesehen? Ich muss ja sagen, ich habe lange, lange, lange die Sternschnuppennacht im August nicht mehr gesehen, weil immer, immer das bewölkt war. Und ich nur dachte, das kann doch nicht sein. Ich habe mir immer den Wecker nochmal bestellt für nachts, wenn ich mitbekommen habe, oh, ist wieder Sternschnuppennacht. Julia guckt einmal raus am Abend, alles bewölkt, dann einmal den Wecker gestellt und immer noch bewölkt. Und letzte Woche war es echt mega schön. Wir hatten so einen klaren Himmel. Ich hoffe ihr auch und ich hoffe ihr konntet Sternschnuppen sehen und zahlreiche Wünsche äußern. So, was sind die Energien im Seelenkollektiv in dieser Woche? Welche Botschaften sollen jetzt im Seelenkollektiv fließen? Für die einen als Tagesenergien und Hinweise für den jeweiligen Tag und für andere als Baustein der gesamten Woche. So, dann ziehen wir einmal hier von oben ab und ich würde sagen, nun geht das los. Wir, oh, Hallöchen, wir starten ganz gut am Montag. Am Montag haben wir eine romantische, gefühlsvolle Stimmung. Es kann sein, dass du hier ein Treffen hast mit jemandem, der dir sehr am Herzen liegt oder eine Kommunikation mit jemandem, der dir sehr am Herzen liegt. Es kann auch eine Kommunikation stattfinden zum Thema Gefühle und Herzensangelegenheiten. Nicht zwingend immer nur die Liebe, aber alles, wo du sagst, oh, das ist so eine Herzensangelegenheit von mir, das fühlt sich gut an. Wir haben also Kommunikation, was wir eh haben, witzigerweise, kommt jetzt hier tatsächlich nochmal rein, Kommunikation oder eben ein Treffen, was sehr gefühlvoll sein wird. Es kann auch sein, dass du am Montag jetzt beschließt, was auch wieder Sinn macht mit dem, was wir hier haben, deinen Herzensweg zu gehen. Was auch immer in deinem Herzen ist, vielleicht spürst du, dass dein Herz dich jetzt in eine Richtung zieht. Und in der Essenz wird der Ritter der Kelche motiviert, weil er oder sie, in dem Fall du, denkst, dass wenn du diesen Weg jetzt gehst, du da deine Erfüllung findest, dein Glück, die Liebe. Oder etwas, es könnte auch eine spirituelle Reise sein, auf die du dich jetzt ganz bewusst begibst. Irgendeine Aktion tut hier am Montag deinem Herzen gut oder ist eben bezogen auf deine Gefühle. Obala, auf deine Gefühle oder eine Herzensangelegenheit oder die Liebe. So, dann lass uns mal eine Zusatzbotschaft ziehen mit den Lenings. Welche Zusatzbotschaft bekommen wir hier? Da kriege ich das Stopp rein. Die Sterne, noch mehr Klarheit. Also, das möchte ich auch nochmal sagen, ich ziehe ja jetzt für jeden Tag der Woche eine Karte. Falls du neu hier auf dem Kanal bist, heute das erste Mal zuschaust, das kann Tagesenergien sein, wo du sagst, jo, das ist jetzt wirklich voll die Energie für meinen Montag. Bei mir schwankt das immer, muss ich sagen. Manchmal ist es wirklich so, okay, cool, Tageskarte, Tageskarte, resoniert alles. Manchmal ist es ein Mix, hatten wir letztens auch gerade im Chat darüber gesprochen. Und manchmal sind es so die Bausteine der Woche. Also, sprich, irgendwann in dieser Woche wirst du in dieser Energie sein. Es wird sich für dich etwas klären zu deinem Herzensweg in einer Liebesbeziehung oder einer Verbindung, die dir sehr am Herzen liegt. Oder es klärt sich für dich etwas zum Thema, wo du auch deiner Intuition folgst. Auch der Stern schon wieder, Spiritualität, Erfolg, irgendwas wird hier, gehen wir mal in beide Themen unterschiedlich rein. Entweder gehst du jetzt einen sehr spirituellen Weg, vielleicht weil du das Gefühl hast, hey, da finde ich meine Erfüllung, das erfüllt mich, ich gehe jetzt meinen Seelenweg. Definitiv steht es unter einem guten Stern. Also, wirklich Spiritualität in dieser Woche scheint sehr, sehr hoch großgeschrieben zu sein, auch mit der Plejadenaktivierung. Das kann natürlich sein, dass viele nochmal so ein kleines Upgrade, energetisches Upgrade bekommen, wo einfach sich der Seelenweg generell auf dein Leben oder bezogen auf eine bestimmte Situation nochmal ein bisschen mehr offenbart. Aber auch irgendwas zum Thema Erfolg. Wenn du jetzt deinem Herzen folgst oder deiner Intuition folgst, dann wird das erfolgreich werden. Mittwoch oder als generelle Energie, irgendwann in dieser Woche haben wir dann noch die neun der Stäbe. Neun der Stäbe ist ein bisschen Erschöpfungsenergie. Entweder, weil es Verletzungen gab in einer Situation, wo du sagst, hey, da habe ich noch nicht wirklich von geheilt oder bin ich noch nicht von geheilt. Ich bin noch nicht vollständig wieder erholt. Das könnte eine Möglichkeit sein. Vielleicht hast du große Strapazen auf dich genommen in den letzten Wochen oder Monaten und du fühlst dich einfach müde und erschöpft. Da sagt die Karte immer, zwei Sachen sagt die Karte eigentlich, wo man sehr auf, auch hier wieder sehr auf die eigene Intuition hören darf. Zum einen, hey, gönn dir eine Auszeit. Wenn du schon irgendwie Erschöpfungszustände hast, dann hör auch auf deinen Körper und auch dementsprechend auf deine Seele, die dir sagt, hey, jetzt erstmal hier Schicht im Schacht, jetzt erstmal erholen. Auf der anderen Seite kann diese Karte aber auch bedeuten, gib aber noch nicht komplett auf. Du bist fast am Ziel in einer Situation. Es ist nur noch ein bisschen mehr Arbeit hier notwendig. Also wir haben, wie gesagt, diese Energie von Erschöpfung und Erholung. Es kann auch sein, dass du dich, dass du beschließt, dich abzugrenzen, irgendwas loszulassen, kriege ich rein oder dich erstmal zurückzuziehen, um dich erstmal auf dich selber zu fokussieren und auf deine Heilung. Heilung im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht, vielleicht auch emotionale Heilung, mentale Heilung, körperliche Heilung, damit du wieder zu Kräften kommst. So, was die Karte mir aber auch sagt, Moment, hier einmal die Karten komisch umgedreht. Du hast sehr viele Erfahrungen gesammelt. Du bist reifer und weiser als zuvor. Und ich habe auch das Gefühl, dass du verschiedene Schlüsse, dass du verschiedene Schlüsse hast, gezogen hast aus den vergangenen Erfahrungen. Wie zum Beispiel, oh, das würde ich heute so nicht mehr machen. Ah, da müsste ich dann das nächste Mal, sollte ich nochmal in so eine ähnliche Situation kommen, besser aufpassen. Wir haben hier also mit der Neuen der Stäben in dieser Woche oder vielleicht speziell am Dienstag eine Bewusstwerdung dessen oder beziehungsweise der Lernaufgaben aus der Vergangenheit. Wir sehen, das Ganze hat zu tun mit einem Konflikt. Vielleicht bereitet es dir ein Konflikt, dich zurückzuziehen. Vielleicht bereitet dir das ein Konflikt, dass du dich jetzt erstmal erholen musst. Vielleicht sagst du, oh, ich würde aber gerne pau, pau, pau vorangehen. Kann ich aber gerade nicht. Vielleicht ziehst du dich zurück von Konflikten. Also hier, das Ganze ist in der Kombination mit der Thematik Konflikt. Ob es hier Streitgespräche gibt, die dich verletzt haben in der Vergangenheit und du sagst, okay, Rückzug. Ob du einen Konflikt mit dem Rückzug an sich hast. Ob du einen Konflikt damit hast, dass du dir erstmal eine Auszeit nimmst. Oder vielleicht der Konflikt damit, dass irgendwas aber noch nicht hundertprozentig abgeschlossen ist. Aber diese Situation verursacht dir so ein bisschen auch noch gleichzeitig einen Konflikt oder ist basierend auf einem Konflikt in deinem Leben. Dann lassen wir uns mal weitergehen. Hier haben wir den König der Stäbe. Der König der Stäbe kann deine Energie sein. Wir haben ja auch hier gerade schon gesagt, dass das Erd deine Energie ist. Dementsprechend mit dem König der Stäbe. Und da kommt es jetzt wieder, ihr Lieben. Denn da ist es so, dass du Erfahrungen gesammelt hast. Und das kam gerade schon durch. Der König der Stäbe ist mega erfahren. Kann vorausschauende Entscheidungen treffen. Hat große Visionen. Und so, auch was wir gerade schon sagten, mit den Energien, die gerade durchkamen. Vielleicht geht es jetzt in dieser Woche ganz speziell darum zu schauen, wo du hin willst. Was ist deine Vision für dein Leben, für eine Situation, für einen Lebensbereich? Indem du bereits viele Erfahrungen gesammelt hast. Und dementsprechend mit den Karten, die hier liegen, gefühlt sehr gute, weise, vorausschauende Entscheidungen jetzt treffen kannst für die Zukunft. Also, hier wird gefühlt auch gut überlegt, wenn Entscheidungen getroffen werden. Gerade der König der Stäbe hat zwar das Feuer, sagt also, jo, okay, das ist die Richtung, in die ich gehen möchte. Das Feuer ist aber gereift und nicht so wie beim Ritter, der dann sagt, oder der Bube, der sagt, ach, ich springe jetzt einfach mal rein, ohne jetzt groß darüber nachzudenken. Dementsprechend haben wir hier zwar deine Visionen und deine Pläne für die Zukunft. Aber aufgrund der Erfahrungen und der Reife und Weisheit, die du gesammelt hast, haben wir hier wirklich eine sehr vorausschauende Planung. Es kann sein, dass der König der Stäbe auch jemanden darstellt, ob jetzt am Mittwoch oder grundsätzlich in dieser Woche, wo du einen Ratschlag bekommst. Bezogen auf ein Projekt oder eine Situation, wo es jetzt darum geht, gute Entscheidungen zu treffen. Dementsprechend könnte der König der Stäbe in dem Fall auch ein Berater sein, ein Lehrer sein, ein Coach sein oder jemand, der dir, ja, wie gesagt, einen Ratschlag gibt. Bezogen auf deine Zukunftspläne, bezogen darauf, wie man jetzt am besten an die Situation rangeht. So, dann schauen wir da auch nochmal weiter. Hoppala. Ja, eine Zusatzbotschaft bitte. Der Mond. Der Mond kann zum einen natürlich für deine Anerkennung und Wertschätzung stehen. Also es kann darum gehen, gesehen zu werden. Also dieses vorausschauende Plan könnte was zu tun haben mit Projekten, wo es jetzt darum geht, gesehen zu werden. Okay, was kann ich jetzt am besten tun, um gesehen zu werden in meinem Business oder bei einem gewissen Projekt? Wie kann dieses Projekt in der Öffentlichkeit gesehen werden? Also das, die Anerkennung zu bekommen, gesehen werden, das spielt hier eine große Rolle. Es kann auch sein, dass du sagst, hey, jetzt habe ich die Faxen dicke. Mein Ziel ist jetzt Beziehungen in meinem Leben zu haben oder eine bestimmte Beziehung zu haben, in der ich gesehen werde, in der ich emotional verstanden werde. Emotionen können hier auch eine Rolle spielen. Also wo willst du hin emotional, ne? Gereifte Emotionen haben wir hier ebenfalls, die ich in dir wahrnehme, aufgrund der Erfahrungen, die du gesammelt hast. Und das ist spannend, weil wir auch hier ja diese Aktion haben, mit etwas in die Aktion gehen, dem Herzen folgen, der Intuition folgen, Antworten kommen. Womit bist du jetzt in Resonanz? Ich wusste es, Leute, ich wusste es. Ich wusste es in dem Moment, wo ich es gesagt habe, na, jetzt würde es mich ja nicht wundern, wenn der Ritter auch noch kommt. Der Ritter kommt aber hier nach dem König. Über den Ritter habe ich ja gerade gesprochen, ne? Der ist ja so, okay, nach mir die Sintflut, ich gehe jetzt einfach mal rein. Also wir haben schon Aktion und Bewegung hier in dieser Woche. Der Ritter der Stäbe können Unternehmungen sein und Ausflüge sein, die du in dieser Woche machst, die einfach dir neue Lebenskraft und neue Energie bringen, wo du sagst, boah, das war echt energetisierend, das war echt toll, das hat mir echt Spaß gemacht. Insofern kann das schlichtweg die Botschaft sein mit dem Ritter, vielleicht am Donnerstag, vielleicht im Laufe der Woche, wo es hier darum geht, Erfahrungen zu machen, schöne Erfahrungen, spaßige Erfahrungen. So, aber ich habe auch das Gefühl, dass es hier absolut mit dieser Reihenfolge, sag ich mal, in die Aktion geht. Vorausschauend sein, aber dann wirklich auch in die Aktion gehen, wobei auch der König der Stäbe in die Aktion geht, der zögert jetzt nicht. Aber der ist sehr, der nutzt halt seinen großen Erfahrungsschatz und hier sieht es auch so aus, als ob du gerade mit dieser Karte hier aus dem Seelenreisetarot jetzt in die Zukunft schaust und sagst, okay, was brauche ich, um mich lebendig zu fühlen? Was brauche ich in meinem Leben? Denn die Sache ist die, wir brauchen jedes Element in unserem Leben und auch das Feuer, das Feuer unserer Leidenschaft, das Seelenfeuer, das Feuer in uns, das sagt, boah, ich habe so Bock auf Leben. Ich habe so Bock, ich will so viel erfahren. Oder in diesem Lebensbereich, oh, dieses Hobby erfüllt mich so sehr. Aus dem Kern meines Seins, meiner Seele heraus. Wir alle brauchen das, weil ansonsten wird unser Feuer kleiner und wir haben dann nicht mehr so viel Energie. Und dann, ja, gefühlt ist für mich das Feuerelement hier auch immer deine Seelenmission. Es kann also wirklich um deine Seelenmission gehen. Und wenn es aus ist, dann, wenn wir keinen Grund mehr haben, hier zu sein, dann, ja, fühlt man sich vielleicht, oder wenn dieses Seelenfeuer aus ist oder nicht da ist, fühlt man sich, als ob man keine Berechtigung hat oder keinen Grund hat, hier zu sein. Und für manche von euch kann es genau darum gehen, jetzt herauszufinden, hey, was ist denn mein Seelenfeuer? Was ist denn meine Seelenessenz? In welche Richtung will ich jetzt gehen? Nicht ganz so tiefgründig könntest du einfach schöne Unternehmungen machen. Gerade mit dem Ritter der Kelche und dem Ritter der Stäbe in der Kombination ist in dieser Woche eine Menge Aktion, eine Menge Spaß, Unternehmungen, die dem Herzen gut tun und der Seele. Und hier haben wir auch noch das Glück. Leichtigkeit ist ganz tatsächlich sehr, sehr spannend, weil beide Karten, ich habe das Gefühl, es gibt irgendwas, wo du ein bisschen mehr Leichtigkeit auch möchtest. Denn der Ritter der Stäbe ist so, ey, nagel mich nicht fest. So, ich weiß gerade selber noch nicht, ich weiß so ungefähr, was ich machen möchte, in welche Richtung ich gehen möchte. Ich möchte neue Erfahrungen sammeln, aber ich möchte hier auch meine Leichtigkeit behalten. Das heißt, es kann sein, dass der ein oder andere ein bisschen mehr, sag ich mal, jetzt auf sich selbst hört und sagt, ey, ich brauche wieder mehr Leichtigkeit. Ich muss jetzt Dinge machen in meinem Leben, die sich gut anfühlen, die sich leicht anfühlen, die mir Spaß bereiten. Auch der Klee ist die Energie von Spaß, von Leichtigkeit. Und entweder gibt es jetzt in dieser Woche diese Unternehmungen, die du machst, oder aber du planst jetzt voraus, dass du das wieder mehr integrierst in deinem Leben. Und hier haben wir auch noch das Ast der Schwerter. Ja, das macht natürlich Sinn, insbesondere, weil wir hier schon haben Lösungen und die richtigen Antworten kommen. Und dann haben wir hier auch nochmal vielleicht genau am Freitag für dich genau diese Energie. Warte mal ganz kurz, da war ein bisschen was von meinem Räucherstäbchen hier. So, also auch hier Ast der Schwerter sagt mir Antworten kommen, Lösungen kommen, Klarheit kommt. Und so, darauf sind wir jetzt ja schon ein paar Mal eingegangen, deswegen schauen wir einfach mal, was wir da als Zusatzbotschaft bekommen. Ast der Schwerter, kriegen wir eine Zusatzbotschaft bitte. Ach, Halleluja, wie die Reise weitergehen soll. Ich raste aus. Leute, ich sag's ja, es geht in dieser Woche ganz stark um Ziele, um Ziele, Langzeitziele, Richtungen, in die sich jetzt bewegt werden sollen. Es kann natürlich sein, dass es hier eine Klarheit kommt oder eine Lösung zum Thema Reise, Umzug oder Ausland, absolut. Aber das Schiff hat immer eine Richtung, in die es geht. Das Schiff hat immer ein Ziel. Also ist so hier die Antwort, die Klarheit oder eine Lösung über ein gewisses Ziel, über eine gewisse Richtung, in die es jetzt für dich geht. Generell in deinem Leben oder in einem bestimmten Lebensbereich. Und da bekommst du die Antworten und die Klarheit. Dann haben wir die Neuen der Münzen. Die Neuen der Münzen sagt mir Erfolgsenergie, irgendwas, worauf du lange hingearbeitet hast oder wo du viel Zeit rein investiert hast oder Mühen und Arbeit und Anstrengungen. Kommt hier endlich, wie sagt man, to fruition, zu Fruchte. Kann endlich geerntet werden. Also hier haben wir ein Erfolgserlebnis, weil diese Sache, auf die du dich lange hingearbeitet hast, zum einen hier jetzt liegt und du endlich die Früchte deiner harten Arbeit ernten kannst. Wir haben eine Erfolgsenergie. Der eine oder andere bekommt hier die Belohnung oder einen Lohn jetzt am Samstag. Das könnte sein, auch das wäre möglich, irgendwas, wofür du hart gearbeitet hast. Absolut ist das die Karte, die sagt, du kriegst hier deinen Lohn. Was haben wir denn dann? Moment, das war der 27. Dann haben wir hier den 26. Ja, okay, schauen wir mal. Ansonsten ist es eine sehr unabhängige Energie. Auch hier, beide sind sehr unabhängig. Es könnte also zusätzlich nochmal für dich in dieser Woche um das Thema Selbstständigkeit gehen oder Unabhängigkeit, alleine sein. Dinge mit dir alleine machen auch. Wobei sowohl der Ritter der Stäbe als auch der Ritter der Kelche sind sehr sozial. Und gerade auch, weil wir hier die Zusammenkunft haben, kann es natürlich auch, und auch die Zwillinge sagen wir auch schon, es gibt so ein paar Karten hier, die sehr sozial sind, aber dann auch gleichzeitig sehr unabhängig, sehr eigenständig sind auf gewisse Art und Weise. Ob das jetzt sagt, hey, Unabhängigkeit, ob jetzt für dich persönlich, emotional, mental oder eine finanzielle Unabhängigkeit, die hier auf dem Plan ist, so oder so ist die Neuen der Münzen eine ganz tolle Energie, die dann aber auch sagt, hey, du hast jetzt so viel gearbeitet und du hast dich jetzt auf diese Situation, auf diesen Moment hingearbeitet, sieh also auch zu, dass du es ein bisschen genießt. Also geh jetzt, sag nicht gleich, okay, weiterarbeiten, sondern genieß mal das, was du, genieß dein Leben mal, ne, auch das ist wichtig hier. Oder genieße jetzt mal das, was du dir aufgebaut hast. In welchem Lebensbereich auch immer. Also, ne, gönn dir, gönn dir, sagt die Neuen der, hupala, gönn dir, sagt die Neuen der Münzen. Ja, spannend, dass hier die Sense kommt, die nehme ich tatsächlich jetzt als Erntezeit. War absolut, auch wieder die Sense, harte Arbeit, Erntezeit. Das kriege ich hier ganz, ganz stark rein. Für irgendwas hast du einfach hart gearbeitet, es war anstrengend, es war nicht immer leicht. Und in dieser Woche, vielleicht speziell am Samstag, kriegst du hier deine Belohnung, deinen Lohn, die Ernte. Wie gesagt, was ich ganz stark reinbekomme, ist auch, hey, schau mal, dass du dir einfach eine Auszeit nimmst für dich, um eben auch dich wieder, sag ich mal, die Work-Life-Balance wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen. Weil für diese Sache hast du gefühlt echt lange, darauf hast du dich lange hingearbeitet. Die Hohepriesterin, haben wir schon sieben Tage? Ja, wir haben schon wieder sieben Tage. Hohepriesterin sagt hier, höre auf deine Intuition. Die Hohepriesterin, wir haben hier ebenfalls ja schon HerzenswG, auf deine Intuition hören, das haben wir hier ebenfalls. Die Hohepriesterin kann zum einen am Sonntag oder als Baustein oder als, wie sagt man, Thema der Woche bedeuten, dass es irgendetwas gibt in deinem Leben, wo du ein Bauchgefühl zu hast. Und das kann für dich positiv sein, im Sinne von, oh ja, das fühlt sich gut an, ich glaube, in die Richtung soll ich gehen. Was wir hier im Übrigen mehrmals haben, Resonanz, in die Aktion gehen, die Antworten kommen, die Harmonie, Herzensweg gehen, Intuition folgen, in die Klarheit, in den Erfolg, steht unter einem guten Stern, Ritter der Stäbe, in die Aktion gehen, das Feuer des Lebens, der Leidenschaft leben, Leichtigkeit, Spaß. Also irgendwas scheint dich auch, und dann hier auch nochmal, du wirst reingezogen, es geht in eine bestimmte Richtung. Du hast jetzt Klarheit über eine Richtung, vielleicht kriegst du hier die finanziellen Mittel, auf die du lange gewartet hast, um jetzt in eine bestimmte Richtung zu gehen. Okay, die hohe Priesterin, die sagt also, hör auf deine Intuition, wenn es da irgendwas gibt, wo es dich wirklich reinzieht, dann mach das, dann geh in die Richtung. Die hohe Priesterin kann für manche von euch, wir schauen gleich mal, was die Lenis sagen, aber für manche von euch kann es auch darum gehen, dass es etwas gibt, wo du ein schlechtes Bauchgefühl hast, wo du sagst, ah, ich vertraue der Sache nicht so, oder ich vertraue dieser Person nicht so, oder, oh, ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht hast du zwei Jobangebote, und du sagst so, bei dem einen bin ich irgendwie unsicher. Höre auf dein Bauchgefühl mit der hohe Priesterin. Es muss kein Jobangebot sein, es kann sich auch um alles andere handeln, aber in der Essenz, sei in dieser Woche aufmerksam, was deine Intuition dir sagen möchte, ob deine Intuition dich jetzt irgendwo reinziehen möchte, oder von irgendwas wegziehen möchte. Ebenfalls kann dir Meditation helfen, da möchte ich im Übrigen, ich ziehe einmal die Karte aus dem Leni, und dann gehen wir gleich noch in eine wichtige Botschaft. So, hohe Priesterin, Intuition folgen. Führer auf da, oh, was haben wir hier? Oh, Hallöchen, ja, es geht um Verträge oder Partnerschaften hier. Also, deine Intuition bezogen auf eine Verbindung, Beziehung, ob familiär, freundschaftlich, privat, in der Liebe oder geschäftlich, eine Geschäftspartnerschaft, eine Geschäftsbeziehung oder ein sonstiger Vertrag. Ein Versprechen, vielleicht geht es auch um ein Versprechen, wo du sagst, ah, ich würde es gerne geben, aber ich weiß nicht, ob ich es halten kann. Manchmal möchte man ja gerne, möchte anderen helfen, möchte anderen unterstützen und merkt aber, eigentlich habe ich gerade gar nicht so die Kapazitäten. Dementsprechend könnte das zum Beispiel sein, dass du sagst, oh, ich würde dieses Versprechen gerne geben, aber ich kann es nicht. Oder du sagst, boah, ja, das fühlt sich so gut an, dazu sage ich jetzt ja. Für manche von euch können das gewisse Routinen sein, der Ring, der auch für einen Kreislauf steht. Eine Routine, einen Kreislauf kriege ich rein, für den einen oder anderen kann es auch darum gehen. Wir haben im Übrigen hier mit der Hohepriesterin, die ja auch für Spiritualität und Meditation steht, ich hatte das vor kurzem schon einmal angekündigt, wir haben nämlich, oder wir machen jetzt eine Vollmondmeditation zum kommenden Vollmond. Und unter diesem Video kannst du auf meine Website www.juliaorelia.com klicken und kannst einmal unter Events gehen und kannst dich gerne dazu buchen, wenn du auch teilnehmen möchtest an der Live-Meditation über Zoom. Wir haben eine sehr begrenzte Teilnehmerzahl, weil wir das Ganze auch machen mit einem kleinen Sharing Circle, also wo wir, wo ihr auch die Möglichkeit habt, nochmal zu teilen, wie es euch ergangen ist nach der Meditation. Und dementsprechend darf ich alle, die Interesse haben, einmal nach unten verweisen auf die Website. Wer zuerst kommt mal zuerst, also genau, schaut da einfach mal rauf. Da gibt es jetzt noch ein paar freie Plätze für die kommende Vollmondmeditation mit mir. In diesem Sinne sind wir auch tatsächlich hier durch. Natürlich, ich würde sagen, die Meditation, Ding Dong, die Woche sieht soweit so gut aus. Keine überdramatischen Sachen, nee, im Gegenteil. Eher so, okay, es fließt, es darf jetzt was in den Flow kommen, in den Fluss kommen. Auch hier, schau mal, hier ist der Kreis, hier ist der Kreis, hier ist der Kreis. Irgendwas, habe ich das Gefühl, kommt jetzt in den Flow, vielleicht schließt sich etwas ab, aber eher gefühlt aufgrund dessen, dass du jetzt mehr im Flow bist. Von daher freue ich mich auf die Woche. Wir sehen uns wieder am Mittwochabend zum Mittwochsupdate. Und in diesem Sinne sage ich gut in die Woche und bis zum nächsten Video. Wir sehen uns wieder am Mittwochabend.